Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd noch ein Ticket und heute habe ich das Spiel vor Skim Vault. Ich kenne das Spiel nicht. Ich bin mal gespannt. Also es ist bestimmt ein Ego-Shooter über Facebook. Stefan Red Talk, jawohl. 25 Oh, Charakteraufstellung. Warrior? Ich kann es ja auch sehen. Ah, okay. Ouch. Christa. Vampir. Ich glaube, das andere habe ich alles. Nur Vampir-Erinonyme gespielt. Shadowcraft. Vampir. Welches nehme ich? Da brennt er. Ja, hat er. Fledermaus oder Schatten? Das ist ein normaler Vampir. Ach, das ist ein Risser. Ich nehme den einfach. Oder ne, hier. Mamba Shadow. So. Passt alles. Passt alles. Doom gathers. The hail of a region echoes. Now. Face your destiny. your destiny. Oh! Oh, no, no! Oh! Let's go! Extract its fresh blood to heal the wounded. Stop! Why do you want to kill that griffin? There are many lotus buds growing in the water over there. Have the wounded eat their petals. That should... I want you to go to the temple of Genesis mentioned by that dryad. Find anti-the-world trick. This is our war. The dryads shouldn't get involved. Oh, what do we have here? Drag upward to move your character. Tap the attack button repeatedly to attack. Help! Someone stopped this monster! Sink into despair before the strength... Tap a skill button to use a skill. Thank you so much. Please, come this way. Backleaf village isn't far away. Our elder can tell you how to reach the temple of Genesis. Find the villagers in charge of farming and hunting. Ugh. The once gentle tuskers have mutated and... Tap the auto button to enter auto button. Ah, good. It's automatic. Thank you for your help. Please go back and speak with the elder. I've heard a holy contract ritual is being held in the temple at this moment. But don't worry. Someone is here to help. May the gods hasten the return of the goddess. Swipe to rotate the camera. Hmm. Hmm. I'm level 5? Could you go and ask Lucia... Take this branch. It can carry the blessings of the gods. To allow... whoa Oh, Sheila, yourhow. No-one can keep you from me. Uh. I'll tear you apart Gooselast night Young hero, I think you might be the reason that this failed Go find the dryad mother Lucia, she'll have the answer My request is, bring this Tap here to open the key Tap the button to enhance the key Gesundheit Meine Frau, just amnesen Nein, nein, nein Greetings, I'm Rise Imperio My goodness So many tears Now you need to deal with Old Longbird I think you should start with the nearby tree Great Great My kid invented a gun The dwarves will rise again Good This is a soul seed Use very well Tap the button to mount Asume Be careful This place Is cursed Blast. Ich war schnell, und plötzlich bin ich bei der Kürze. Damn, Ogres. Tap the button. Up ahead is where I got this wretched curse. Strangely enough, I think I saw the former Giant King. First of all, gather some lava crystals for one. Kill some of the tourists. And take this to Witherby. And you're on your own now. In honor of your arrival, I upgraded the game a bit. The pinnet-up all. You've seen. Ich bin halt tot. Ok, nicht mehr. Ich bin halt tot. Ich bin halt tot. Ich bin kein Föhn wie Mithras. Ich bin kein Föhn wie der Guardian. Als ich hier bin, du wirst nicht mehr. Kannst du noch schneller gehen? Wir müssen hier wegkommen. Hol' einen Krutbaum. Zumindest der Baum muss es aussehen. So, jetzt haben wir noch... Lass mich gut umfüllen wir. Ja... Gleich bin ich komplett ausgestattet. Woow... Bisschen leggy das Spiel gerade. Take your legion Skip, skip, skip Okay, it's done I don't have a horse anymore No horse anymore Hurry, and tell me of the gods' will The Mountain Wood Alliance can't spare the manpower for such... ...menial chores If you don't know what to do, go ask someone who's not busy Several children from our village have gone missing We don't know what to do, and it... Rookie, the dwarves are our allies And we won't stand aside when they need help Head to the trial ground, knight So pass yourself Also, Spiegel fällt mir Ja K K K K K K A Einmal ein Dungeon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der nächste Dungeon Der nächste Dungeon Ein kleiner Zwerg Geschafft Geschafft Untertitelung des ZDF, 2020 Schon wieder in der Dungeon Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh We meet again, new star of the Lionheart! Tap the quest panel again to track the quest. What? Not in Dungeon. Tap here to switch between skill tabs. Tap here to switch between skill tabs. Tap the auto button to enter auto battle. Tap to use a powerful mastery skill. It's time to feed. Tap here to try another class. Wow. This is what I actually wanted to play. Shit off. Tap the button. Tap the button. Tap the button. Also wir haben es auch geschafft, aber ich werde jetzt sagen, das war's für heute. Das Spiel gefällt mir sehr. Vielleicht wollen wir nochmal weiterspielen. Na okay, der Dungeon noch. Ah ne, ist keine Dungeon. Dann gehe ich mal offline. So, jetzt sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.